Wir treten in das Zeitalter der industrialisierten Softwareentwicklung ein. Mit einer digitalen Fabrik, welche sich über Teams, Produkte und Infrastruktur streckt, kann die Entwicklung digitaler Produkte automatisiert werden, um die Effizienz zu steigern. Die Plattform Plain von Züge bietet das Fundament einer digitalen Fabrik. Sie ist die zentrale Schnittstelle, die Entwicklungsprozesse vereinfacht und einen kontinuierlichen Mehrwert liefert. Lassen Sie uns entdecken, wie sie funktioniert. Ihre Werkzeuge, Dienste und Lieferanten sind in einen einheitlichen Arbeitsbereich integriert. Außerdem bietet sie eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit und Teamzusammenarbeit. Wiederkehrende Aufgaben werden automatisiert und durch integrierte Sicherheitsfunktionen können Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden. Denn Qualität und Sicherheit haben immer höchste Priorität. Die Plattform vereinfacht außerdem den Onboarding-Prozess. Sie können neue Mitglieder und ganze Partner einladen und mit nur wenigen Klicks auch wieder von der Plattform entfernen. Sie haben Zugang zu einer umfassenden Dokumentation über die Plattform. Aber keine Sorge, Sie müssen nicht die gesamte Dokumentation lesen. Sie können einfach mit unserem KI-Assistenten chatten. Plattform Plane bietet Ihnen Kubernetes as a Service. Mit einer intuitiven, einheitlichen Schnittstelle, die komplexen Kubernetes-Objekte in klare, benutzerfreundliche Komponenten umwandelt, werden Ihre Prozesse effizienter. Die Plattform Plane ist ein Self-Service-Portal. Es ermöglicht den Teams, eine große Vielfalt von Diensten auf eine standardisierte Weise zu nutzen. Mit einem nahtlos integrierten OpenTelemetry-Stack, komplett mit Logs, Metriken, Traces und Dashboards, verbessern Sie die Überwachbarkeit Ihrer Anwendungen. Die Plattform Plane ist auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten und ermöglicht Ihnen, Ihre Teams und das Business zu skalieren. Entfesseln Sie das Potenzial Ihres Entwicklungsprozesses und gestalten Sie eine einzigartige Journey mit der Plattform Plane von ZYKE.